Die Arche Die Arche wurde eine neue Welt geboren, Arkesia. Zur Wahrung der Zukunft wurde die Arche in sieben Teile zerschlagen und über Arkesia verstreut. Vom Licht angezogen, öffneten Armeen von Dämonen einen Riss zwischen den Welten und so begannen die großen Kriege. Nur die Vereinigung der sieben Archen selbst vermag den Krieg zu beenden und den Frieden in Arkesia erneut herzustellen. Doch nach 500 Jahren thruhen Lord Cazeros und seine Armee von Dämonen erneut in Arkesia einzufallen. Unsere einzige Hoffnung sie zu besiegen besteht darin, dass eine neue Generation von Helden, die Arche wieder zusammensetzt, ihre Geheimnisse entdeckt und ihre Macht nutzt, um die Dunkelheit ein für allemal zu vertreiben. Da die alten Götter längst verschwunden sind, wacht nur noch die Lassenes Beatrice in Erwartung eines würdigen Helden über Arkesia. Deine Quest wird dich weit und in die entlegensten Winkel führen, aber deine Reise beginnt hier in Retramis. Diese idyllische Landschaft strotzt nur so von Feinden. Du erlernst die mächtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du brauchst, um die Arche zu finden und Arkesia zu retten. Von dort aus reist du durch die Wüste von Judea zu den Morai-Ruinen. Schlage dir deinen Weg durch Luterra, dem Ritterkönigreich, um seine Geschichte und beeindruckenden Landschaften zu erkunden. Im Hafen von Wellenstrand gehst du an Bord deines Schiffs und segelst los, um alles zu entdecken, was Arkesia zu bieten hat. Setze die Segel von Luterra zur geheimnisvollen Insel Tortoig, der Heimat der winzigen Mokoko. Mach dich auf den Weg ins Herz von Tortoig, um uralte Geheimnisse zu lüften. Nimm deine Crew mit nach Annika und in die Hafenstadt Cenggun. Ihr Kampfsportturnier ist berühmt dafür, dass es die besten KampfkünstlerInnen der Welt anzieht. Tief in den trockenen Wüsten von Arthetain liegt die Stadt Stern, ein technologisches Wunderwerk. Mit dieser Technologie kommt absolute Macht. Aber absolute Macht nimmt einen auch vollkommen ein. Am Fuße des Balancar-Gebirges liegt Wern, das Königreich von Königin Ehrlin. Doch in den dunklen Wäldern des Elfenwaldes lauert ein uraltes Übel aus Arkesias Vergangenheit. Shushire ist ebenso gefährlich wie eiskalt und wird durch seinen herzlosen Aufseher Wraht noch verschlimmert. Jedoch hat die dämonische Korruption sogar diesen eisigen Ort erreicht. Das abgelegene Land Rohhändel. Überquere die Regenbogenbrücke, um Zugang zu seinen magischen Geheimnissen zu erhalten. Und über allem schwebt der Palast des Phantoms, der deinen Realitätssinn auf die Probe stellt. Jorn ist die Heimat der Uma, eines stolzen Volkes von fleißigen Handwerkern und Handwerkerinnen. Aber ihr Stolz könnte auch ihr Untergang sein. Denn sie riskieren, das lange schlummernde Böse zu erwecken. In den dunklen Schatten von Phaeton heißt es, töten oder getötet werden. Und wenn du dieses Reich der halbdämonischen Meuchelmörder überlebst, warten dunkle Geheimnisse auf alle, die die Höhle der Sünde betreten. Die Insel Phonica, ein Juwel in den Wellen des Meeres von Procyon, ist eine Oase für müde Reisende. In diesem tropischen Paradies kannst du deine Siege feiern. Lost Ark ist eine Welt der endlosen Abenteuer. Und Arkesia braucht deine Hilfe. Du musst die Arche zusammensetzen und für das Licht kämpfen. Lost Ark Lost Ark Lost Ark Lost Ark Lost Ark Untertitelung des ZDF, 2020